Musik Du willst mich loswerden? Nein, nein, mein Lieber, erst gib mir meinen Teil. Den hab ich dir nie verweigert. Aber du hast ihn mir nicht gegeben. Weil du nicht wüsstest, wohin. Hör auf! Ich bring dich um! Wer hat dich umbringen, das wäre das Beste. Was geht's denn mich an, wer und was meine Arbeitgeber sind? Wenn sie mich pünktlich bezahlen, sich an die ausgemachten Bedingungen halten. Nichts, nichts geht sie das an. Solange sie bezahlt werden, bleiben sie auch bei Verbrechern im Dienst. Und machen sie nicht zur Kompliz in ihrer Verbrechen. Glaub nur, ja, nicht, dass wir alle zur gleichen Sorte gehören. Es ist gefährlich, das zu glauben. Wer gewohnt ist, einen großen Schlag zu führen, lässt sich mit Leuten, die höchstens ein paar Silberlöffel stehlen, nicht ein. Mit so einem Würstchen wie du. Diese Oldeens sind unbedingt erste Klasse. Gewohnt mit großen Mitteln zu arbeiten und zack, sich von Leuten zu befreien, die sie belästigen. Die Midland Bank hat die Belohnung, die ihnen wegen der Festnahme des Bankräubers Franklin Oldin zusteht, zur Auszahlung freigegeben. Ich danke Ihnen für die Mitteilung. Ich habe keine Ahnung, wo Franklin Oldin das Geld versteckt hat. Es hat also keinen Zweck, dass... Die Million aus dem Bankraub interessiert mich nicht. Ich bin hier wegen der 100.000 Dollar Belohnung. Das ist gutes, ehrliches Geld. Vielen Dank.